Vielen Dank, Freunde. Wir haben heute auch einen kleinen Bildungsauftrag. Wir sind, wie gesagt, als Rock'n'Roll Band schon im 25. Jahr unterwegs. Deswegen holdingen wir ganz besonders einer Band. Das war die erste Rock'n'Roll Band der Musikgeschichte, nämlich Bill Haley und seine Comets. Wir durften mit der Originalband, mit Bill Haley's Comets, zwei Europatourneen spielen. Das war für uns eine ganz grandiose Zeit und wollen uns jetzt mit dem folgenden Song nicht nur an diese Zeit erinnern, sondern euch auch den Song präsentieren, der als Urknall im Rock'n'Roll gilt. Eingespielt 1954 in New York, öffnete er weltweit die Türen für den Siegeszug des Rock'n'Roll. Bis heute der meistverkaufteste Rocksong aller Zeiten, Bill Haley's Comets, Rock'n'Roll, the Club.